...einfach nicht so viele Stunden am Tag wach sein. Oh ja, ja, ja. Der braucht halt Mittagsschlaf. Ich bin mal weg, ja, ja, ich komm, ja. Das ist in einer sehr kurzen Zeit sehr viele Männer. Was für sehr viele Männer, Alter? Was machst du hier? Kein Fleiß, kein Preis, steck reichlich rein. Es lohnt sich, Digga, lohnt sich. Es hält, was du zählst, wer du bist und wo du wohnst, Bitch. Wo du wohnst, wo du wohnst. Money, bitches, wir wollen alles, keine Zeit für Shit for free. Ticks, Sound, Packets und Bett, Steinreich mit Musik. Mein Style, mit dem Beat, Highlight. Sitzen, tief, dein Scheiß, regt gegen meinen Reim. Steh mal nicht stabil, ich geh in MCs, mit Skitty Jeans und an Kassett Toots. Sipp dabei, entspannt den anderen nach Juice. Kann jemand callen? Komm, Munitionsdings, ich hol dich mit Barty ab. Komm mal zur Munitions. Oh, die sind überall, die sind überall. Den hab ich noch. Ich hab drei weg. Ich leb noch, ich leb noch. Versteck dich. Ich bin im Busch drin, ich bin im Busch drin. Oh shit. Ich bin im Busch drin hier. Digga, was? Ich bin auf dem Berg und Dauerfunk. Ich bin down, ich bin down, Leute. Wo bist du, der da lebt? Äh, ich bin Bastian, Bruder. Ich bin im Busch, bei der Hood. Ich bin auf dem Berg. Siehst du mich auf dem Motorrad? Warte, 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 warte. Ich bin genau, genau gegenüber dem Berg, wo man Munitions kaufen kann. Bruder, ich bin am Anfang von, Digga, diese Büsche, da wo wir immer stehen. Ja, dann versteck dich da immer. Ja, ich bin... Ey, ich hau ab erstmal, ich geh undercover. Wo sie? Oh nein, das Gesicht kommt mir bekannt vor. Nein. Meins? Hallo, Bernhard. Jo, was geht? Hallo, Bianca. Digga, wer ist das? Das kommt mir ja voll bekannt vor. Ach was? Oh no. Rate mal mit raus, Karl. Oh nein, Alter, da muss ich los, Alter. Äh, wo ist David? Wo ist David? Das hat es Kate, ne? Ja, na klar. Ja, du und deine Schwester haben beide... Oh nein, dann ist die Schwester safe. Ja, na klar. Ihr habt beide so ein Rabengesicht, Alter. Alter, das ist doch Chase, Alter. Ich geb dir gleich Raben, das sieht eins aufs Maul. Was ist los mit dir, Junge? Sollte ich mal wegklatschen, Alter? Ja, hier, wo, wem wegklatscht, Junge? Kannst du dich erstmal vorstellen, wie ich mir ein paar Westen bringen hier, Alter? Was kann ich? Mir erst mal ein paar Westen bringen. Hä? Nee. Warum? Bist du auch Zivi oder nicht? Ja, und? Kann sich auch selber aufs Feld stellen. Nee. Das ist uns ruhig. Gar nichts mach ich. Meine Ex-Frau wieder da hinten auf den billigen Stühlen hier, Alter. Nein, nö. Oh Gott, nichts los. Wenigstens hat die gute Laune, Alter. Alles klar. Alles klar. Gute Laune. Hast du mich schon mal mit schlechter Laune gelegt? Aber wenigstens besser als meine Ex-Frau, Mann. Dich mag ich. Du bist cool. Ja. Find ich gut. Ja. Hast du eine Umarmung verdient. Warte. Ich du auch, Allah. Wenn ich da was dabei hätte, würde ich dir auch... Ah, doch. Ich hab was dabei. Warte. Hier für schlechte Tage, Mann. Wenn Klopapier leer ist. Ich muss los, ich muss weiterarbeiten. Dave, hast du einen Moment? Och nein, ich schon weh den Homebitten. Nicht allein. Oh nein. Sag mir nicht, du bist im Start oder so. Bitte. Wehe nicht. Wie im Start. Natürlich bin ich hier. Nein, im Start. Okay. Stocken. Was? Vermehe ich jetzt nicht. Nee, bist du irgendwie staatlich? Wir hatten gerade eine Ratze, deswegen. Ah, ja. Ja. Du siehst doch aus wie so eine Sekretärin, Allah. Warum? Heiratest du? Ich krieg keine Einladung, Mister. Ich hab jeden Schwanz angeschrieben. Nee, mich nicht. Warte, was? Äh. Und? Müsste noch irgendwas erledigen. Oh, Herr, Allah. Ist das Igor? Ja, natürlich. Ja, danke dir nochmal, ja. Für? Dass du mich jetzt so durchgefunkt hast, Allah. Und Nancy, wie gesagt, tut mir leid. Ich hab Igor ja hundertmal auch eingeladen, hätte er auch dran denken können. Ich wusste ja, dass du heiratest. Wie gesagt, mir wurde es ja auch von allen Seiten möglich gesagt, dass du heiratest. Warum bist du nicht gekommen? Ja, weil mir keiner gesagt hat, dass ich auch kommen darf. Ich hasse mein Leben. Ja, selber schuld. Ja, Frauen sind kompanziert. Nein, bitte. Ja, Frauen sind sehr kompliziert. Oh, Mann. Und die Dame auch hier. Meine Ex-Frau, Mann. Die ist richtig kompliziert, Igor. Wer? Das ist meine Ex-Frau. Was, ich bin kompliziert, Alter. Halt die Backen jetzt. Du bist richtig kompliziert. Halt die Backen, Annie. Wo sind denn deine Schuhe, Alter? Nee, aber aktuell, Alter. Ohne Witz. Sie soll einfach... Guck mal, sie hat nicht mal Schuhe, Alter. Wir wollten da halt die Leute, dass die... Ganz ruhig. So. Igor. Ja, ja. Das ist... Was machst du hier? Hallo, hallo? Aha, jetzt kommen illegale Aktivitäten hier. Alter, Chase. Sie leid nicht. Nehmen wir einmal Abstand. Gehen einfach gleich... Na ja, versuch. Hör mal, mich im Verhalten. Warte mal, Poppast. Warte, ich ruf mal Poppast an hier. Und uns sagen, was habt ihr uns da eben gesagt? Ja. Dann kann sich keiner gegenseitig helfen. Aber ihr habt... Ihr seid, glaube ich, auch einer... Ihr könntet, glaube ich, einen Krieg locker im Monat durchhalten, oder nicht? So viele Ressourcen, wie ihr habt? Ja, ressourcentechnisch. Aber ich kann das den Memmern hier ansonsten nicht antun. Ja, klar. Weil, ähm... Dafür ist einfach unser Altersdurchschnitt zu hoch. Ja, da vorne, wenn du dich rumriffst, steht unser Walter mit seinen 120. Boah, was? Ja, der kann einfach nicht, äh... Och nein. So viele Stunden am Tag, äh, wach sein. Oh ja, ja, ja. Der braucht halt Mittagsschlaf. Ich bin mal weg, ja, ja. Schönen guten Abend. Ich komm, ja, ich bin hier. Herr Müller. Ja, was denn? Bleiben Sie mal stehen. Ich lege Ihnen erstmal kurz Handschellen an. Dann haben Sie das Recht zu schweigen. Das Recht auf eine selbstgestellte Rechtsvertretung, sowie das Recht auf Strafäußerung. Ich werde Ihnen mal... Was hab ich denn gemacht? Also, Ausweis abtasten. Ja, ja. Nach einer Hausdurchsuchung wurden Juwelen, sowie Drogen in Ihrem Haus festgestellt. Wie kann das denn sein? So, dann Handschellen nach vorne. Haben Sie mir die reingelegt, oder was? So, ich fange jetzt gleich mal die Tür auf. Alles weitere werden wir Ihnen gleich im Auto erklären. Wollen wir mal einsteigen, Herr Müller? Tür ist jetzt offen, Sie können einsteigen. Ich glaube, er hätte gerne das Recht auf Aktenhinsicht und wie lange das denn ungefähr wählt. Bist du Anwalt? Ja, kann er machen. Papa, bist du Anwalt? Jöge. Äh, wie kommt das denn da rein? Oh, 4 an der Garage. Wollen Sie noch von allem der richtige Brauch machen, oder? Äh, ja, keine Ahnung. Dann können Sie gleich ein Spindes Eis packen. Waffen können Sie hier erstmal packen, würde ich sagen. Ne, also, ja, oder nehmen Sie mir einfach direkt alles ab, dann hole ich mir, äh... Also doch keinen Baseballsteller, dann... Dann hole ich mir die von meinen, äh, Dingsbums, Alter. Ihr wisst schon, was ich... Wie viel Geld meine Worte, Alter. Dann nehmen wir Ihnen die Waffen jetzt ab. Ja, machen Sie das. Alles klar. Am besten schaust du nochmal in die Taschen ein bisschen ab. Ja, hab ich Ihnen erstmal entnommen. Dann... Dann müssen Sie gleich nur noch ein Handy und Funkgerät in den Spind packen. Ich hab mal eine Frage, ist der bei euch auch so laut, Alter? Oder liegt das da irgendwie... Gefühlt schreit er, schreit er mich an, Alter? Nee. Nicht die Stimme, sondern die andere? Nee, also... So, Alter, ich hasse mein Leben. Das müssen Sie mal gucken. Ja, 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 ich wollte schon, ja. Na, irgendein Hörgerät mal... Prüfen. Ich kann nichts reinlegen? Ja. Ich leg Ihnen die Hand schön mal kurz ab. Aha. Warte. Siebt. Oh mein Gott, Alter. Warte, hab ich... Ich leg Ihnen nochmal kurz Hand schön an. Halt, nur die Schlacht. Hallo. Oh, Alter, es wird... Hallo, ich muss hier raus, Alter. Ja, lass, ich muss hier rein. Bruder, machen wir Tausch? Schreit, schreit, schreit. Ich will eine Pokémon-Karte. Ich nehm Pikachu. Ja, ich will Glurax. Okay. Was? Glurax ist stärker als Pikachu? Nein, Glurax ist ein Feuerflug-Pokémon. Pikachu ist Elektro und Elektro ist sehr stark gegen... Oh ja, ja, okay, Digga. Komm, komm, Alter. Hast du nicht mein Leben? Hören Sie mich? Oh, Traumfrau. Ja, richtig. Wir sind zum ersten Mal zusammen, Knack. Was wird mir jetzt vorgeworfen? Oh, wie lange musst du das? Nee, Sex im Knast, Alter. Das müssen wir feiern, Baby. Wir könnten ja... Zusammen... Oh ja, lass mal... Oh ja. Alter, könnt ihr eine Einzelzelle nimm oder was ist los? Eine Einzelzelle? Ihr könnt ja mal die Werder fragen, ob er euch die Scheiß-Auto da vorne auch macht. Eine Einzelzelle ist einzeln, ja? Ja. Und wir wollen halt schwitzen. Da braucht man eine Zweierzelle. Wir wollen Sport machen in der Zelle. Ja, richtig. Die Millers halt, ne? Ähm, übrigens, so der FIB-Ancient, würde meine Akte machen und dann sagt er, boah, wie viele Millers gibt's denn? Ich würde sagen, als Bruderherz, lass dir einfach Zeit und... Ja, lass ich auch. Weil... Aber jetzt muss ich... Du meinst, du hörst mir jetzt so... Du musst mich mal verstehen oder vielleicht auch denken nach Andere. Du hattest in einer sehr kurzen Zeit... Äh... Du hattest in einer sehr kurzen Zeit sehr viele Männer und... Was für sehr viele Männer, Alter? Was machst du hier? Ich hab mir Pflaster gezogen, Alter. Da kommt meine Frau... Was bügst du dich von meinem Freund? Von meinem Mann, Alter. Was bügst du dich, ne? Oh ja, Alter. Was bügst du dich? Ist das jetzt hier so ein Orgier-Ding, oder was? Ja, ich hab, Alter. Büg die sich einfach von meinem Mann, Alter. Passiert hier noch was, Alter? Erzählt das jetzt als Black Orgier, oder ist das dann... Äh... Der Film heißt, der Cock, der Verdammnis, Alter. Scheiße, Alter. Spatzi, du wolltest Elmin noch was sagen. Ich war sehr irritiert. Hast du das gesehen? Ja. Besser ist es für dich, mein Freund. Ich konnte mich gar nicht wehren. Hey, es gefällt dir das. Oh, ey, Schatzi, was macht sie da? Du kleiner Hund! Junge, du... Kleiner, dreckiger Hund! Du lügst deine Frau an! Ding ist Chase. Oh, Schatzi, das würde ich mir nicht gefallen... Das würde ich mir nicht gefallen lassen. Schatzsames Ding, da bin ich raus. Ich habe keinen Krage dabei, Junge, ich kann dich nicht aufheben. Auf Gewalt stehe ich nicht so. Guck mal, wie er sich versteckt hinter ihr! So ein kleiner Hund! Das ist mein Mann, der muss klein sein. Du bist so eine kleine Fotze, Junge. Das ist doch nicht mehr normal, Alter.